Hallo, wir sind die Zehnscheuer Deitzau und willkommen zur diesjährigen Bauwagen dazu. Dieses Jahr findet alles online statt. Das heißt, ihr werdet jeden Tag zwei Bastelangebote auf unserem YouTube-Panel besuchen. Die Materialien findet ihr immer in der Infobox, aber wir blenden euch das Ganze nochmal im Video ein. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.